Und zurück zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 2, Leute. So, die letzte Folge hatte sie in sich. Da wäre fast ein Krieg zwischen Uriah und Moa Aydin, glaube ich, Moa Aydin, ausgebrochen. Und wir konnten es, glaube ich, noch in letzter Sekunde kitten. Aber jetzt schauen wir mal, was uns der gute Creator da zu sagen hat. Ob es jetzt da in Krieg geht oder nicht. Das werden wir jetzt gleich erfahren, glaube ich. So, machen wir das Bildmachtgerät wieder an. Kapitel 6 jetzt schon. Puh, jetzt geht es aber langsam voran. Sehr schön. Ich muss mal schauen, könnte ich eigentlich schon wieder Klingen resonieren? Wie viel habe ich denn da überhaupt schon wieder? Wenn wir mit ihm... Ein Kernkristall bloß. Ja, komm, machen wir schnell mit der Zecke. Kommt eh nur Schrott wahrscheinlich wieder raus. Aber die können wir gut brauchen für die selten Aufträge, die normalen klingen. Jetzt hat er gleich mal Glück und zieht was Anständiges. Ja, die können wir ihm trotzdem aber gleich zuweisen. Weil der hat sonst nichts. Genau, dann hat er da wenigstens schon mal was. Ich habe irgendwie so komisch gefühlt, dass wir gegen Linklär kämpfen müssen. Ich speichere nochmal. Oh, hier ist leer. Okay, der wird im Nebenraum sein. In diesem Raum befindet sich der Tagungsort für den Gipfel der Nationen. Nur die Repräsentanten der teilnehmenden Nationen ist der Zugang gewährt. Mit anderen Worten, Endstation für uns. Dann werden Bridget und ich nun unseren Platz auf dem Gipfeltreffen einnehmen. Okay. Hopp. Da hänge ich mich doch gleich mal dran. Dich wollen sie auch dabei haben, Mithra? Du erinnerst dich? Ja. Ehrlich gesagt weiß ich nicht so ganz, was ich von all dem halten soll. Aber ich komme wohl nicht drum herum. Rex, ihr wartet am besten bei unseren Zimmern auf uns. Keine Sorge. Sei vorsichtig da drin, ja Mithra? Keine Sorge, ich bin gleich wieder da. Und die nächste Sequenz. Keine Sorge, ich bin gleich wieder da. Aber erstens, um die Empartialität zu verhindern, in diesen Negotiations, kann ich Ihnen vorstellen, Nira Nira, der Abgeordnete der Argentum-Giliebte. Außerdem, ich bin der Tantalese, der Herr, der Herr, der Herr, der Herr, Osechlerus Brunev Tantal, wird auch beherrschen. Der Herr, 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 der Herr. Um, Herr, der Herr, der Herr, the Herr, der 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 Herr, des Herr, das He이라는 GeForum wurde, Der Herr ist nicht. Wir nehmen sie nicht nur hier und jetzt hier. Gute Punkt. Alle die Prinzipale Nationen sind hier gesammelt? Es wird alles einfacher später machen. Der Weg zum Weltkrieg muss erst einmal geöffnet werden. Werden die Menschheit ist die einfachste Sache. Wir können das selbst gestalten. Auch so? Das ist nicht unser einzig Ziel, weißt du? Wir müssen warten, um die Stufe zu setzen zu werden. Wir müssen uns auf dem Weg zurückkehren. Ist Jinn wirklich ernsthaft? Ja. Ich habe das selbst gefragt. Oh, er ist ernsthaft. Er ist immer. Er wird die Menschheit annihilieren. Und dann... Er wird den Architekt töten. Okay. Ja, das müssen wir doch verhindern. Das müssen wir doch verhindern. in diesem Fall. Emperor Niall. Ich öffne den Platz zu Ihnen. Ist es etwas, was Sie sagen? Was Sie sagen? Während wir noch in der Lage sind, es kann nicht zu verhindern, dass die Weaponen, zu unseren Forcesen, war verhindert gegen Uriah. Das ist eine große Herausforderung. Wir sind investigatet. Ich bitte, dass wir keine wunderschöne conclusen haben. Was braucht es für die Investition? Ich glaube, dass eine cause bereits aufgebaut wurde. Es gibt witnesses. Und das wäre? Was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Die Leute, die Sie sprechen von, sind nur ein Terrorist-Grupp. Wie können Sie diese Maßnahme von... Das ist die Wahrheit. Ich bin Ozyklarus. Ich versuche das in dem Namen von King Eulogiminus Tantal. Ich kann die Ex-German Banner confirmieren. Ich kann diese Leute einen bestimmten Schweren. Schweren Schweren. Schweren Schweren. Und in großartig. Ja. Aber warum würde... Was, wenn ich Sie sagen, dass der Ägis Malos, der Welt vor fünf Jahren war, 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 war. Das ist schrecklich. Jeder weiß, dass er in eine blaze von Flamen ist. Er ist sehr viel alive, glaub ich. Dieser Arschluss, ich meine... Der Ägis hat uns in Person confrontiert. Und wenn meine Worten nicht genug ist für Sie... war, war, war. Das ist ein undes Schweren. Das ist ein Egis. Das ist ein Mithra. Ihr Highness hat von ihr gehört, sicher. Also, die Ruhigungen, die uns zu uns waren, waren wahr. Wer ist die Ruhig? Wenn du das wusstest, würde ich sagen, dass deine Überraschung noch größer wäre. Aber das ist nicht das Problem, das wir hier zu diskutieren, Ihr Highness. Das ist eine schwerste Situation. 6 Uhr schon. Mitra hat sich da schon lange, nicht wahr? Wir müssen sie einfach auf sie glauben. Sie sind mit den Liedern der ganzen Nationen. Es ist nicht so, dass es nichts, was du und ich können, um zu helfen. Ich habe etwas gesehen, um Malos zu tun. Er ist ein Aegis, aber du wirst es nicht wissen, wie er kämpft. Ich denke, ich bin ziemlich sicher, dass er in eine Art Dämmung ist. Du meinst, dass er nicht den vollen Ausstattung seiner Macht hat? Die Schmerzen, die ich in unserer Behandlung hatte, lange nicht komplett geschehen. Sein Ziel ist Elysium. Er will zurück nach dem Ort, wo er geboren hat. Dort, er kann erheben, bis seine Macht erheben. Wenn Malos sich erheben kann, dann wird erheben. Die Schmerzen der fünf Jahre später zurückkommen. Oder noch immer noch, Malos' Ziel ist einfach. Er bedeutet, um die Menschheit zu zerstören. Warum würde jemanden das wünschen? Vielleicht hat er überhaupt nicht eine Chance. Es scheint, dass es ein tiefstehter Weg ist. Ein Instinkt. Das ist natürliche als breathing. All of this is my responsibility. Praetor Malthus? Whatever do you mean? Es war ich nicht, als ich. Es war ich nicht, als ich. Es war ich Malos und erheben ihn auf den Welt. Also, Ihre Immunität. Der Rumor, dass du einmal Malos' Fahrer war, ist... Ich habe nie versucht, die Wahrheit zu beschleunigen. Es ist, dass alles in historien zu sehen ist. Ich bin ein Verrug. Es war, um diese Verrugung zu verhindern, dass die ganze Verrugung nach dem Weltkrieg war, nach der Ägis-Ware. Aber es ist offenbar, dass die Verrugungen der Männer nicht an Malos verwendet werden. Es ist Zeit, um diese Restriktion zu verhindern. Ja, dass wir auch zum Weltenbaum können. Ich mag das. Ich glaube nicht, dass du meine Verrugung hast. Aber seit Rex zu Elysium geht, ihre Schritte sind zu crossen. Das ist alles. Ich bin überrascht. Du bist so devotiert zu dem Mann. Es ist für beide unsere Sachen. Aber du, Amalthus, wer bist du für? Ich habe die Höhe von mir vorbeizubringen. finden auf dem Sioris Platz. Willst du da hin, Kollege? Ja, ich würde mich schlecht fühlen, wenn ich nichts hingehen würde. Platz von Sioris ist gleich um die Ecke. Tora schlägt vor, dass Freunde nicht trödeln. Lieber Hoppi Galoppi hin. Meisterpon hat heute wieder herrischen Tag. Okay, dann lass mal so. So, dann gehen wir doch mal zu dem Begräbnis. So, dann gehen wir doch mal. Ich glaube, sie haben sie eine Gäste. Die Städte Funeral macht Sinn. Shouldn't du mit ihm sein? Er ist ein Juni. Best nicht zu haben, wenn sie in Zeiten wie diese Zeit. Ich erwähnte, dass du mehr Klinge bist. Du bist wirklich anders aus dem Himmel. Insofern, es zu ihm sein war eher ihre Idee als meine. Wirklich? 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 Ich bin das Agenügt. Wenn ich der Einrichter der Aegeizumte, diese Macht steigtläuter mich ist. D? Ich kann mehr Body? Wer weiß, verschiedene Menschen sind für verschiedene Dinge verabschieden. Genau, ja. Jetzt, mein Arbeit ist fertig für den Tag. Komm mit mir. Ein spezieller Envoy? Für Tantol? Ich? Genau. Sieg. Als Salvager, ich denke, dass Sie bereits wissen sind. Aber das ist Allrest, das Welt, das wir aktuell haben. Wir machen unsere Haus auf Titanen, um in cirkeln um den Weltrein. Und hier liegt der Great Void. Dieser Void kam zu sein 500 Jahre. Die haben wir ja schon gesehen. Ohne. Ohne. Sieg. Sieg. Und was Zeke's home country, Tantol? Ja. Sieg. Ja. Sieg. 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 Ja. Sieg. 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 So, das muss ich hier hinten sehen. So, das muss ich hier sein. We can reach Tantal by ship, but once we're there, we'll need to do a spot of walking. So we're traveling with Shell, Adieu? Never thought I'd see the day. I think you'll find I make a fantastic ally. Luck of Zeke, not so great. Bet we shipwrecked by tomorrow. Cheeky furball. We're all gonna die. Hey, Zeke, you said before that Tornar concerned you too. What did you mean by that? What? Oh, yeah, that. I don't know about those clowns, but Tornar, the country that fell 500 years ago, they were the ancestors of Az-Tantalese. The people of Tantal are descended from Adam, the hero of Tornar who escaped its destruction. So, after Pyra fell asleep, Adam escaped to Tantal? That's right. That is the first I've heard of it. I have studied much history, but this story never featured most peculiar. We're humble. Don't really like to brag about it. The only real trace left is in this here sigil of the royal family. So, why did you awaken Haze? Because her power was of great use to me. Indol has found itself under attack from Tornar a number of times. She was necessary in driving them back. Really? Then why don't you seem to have any others? Blades, that is. Huh. Driver though I may be, I am no fighter. Besides, I find the warrior monks here so reliable, they get the job done. Hmph. If you say so. I wonder, do you know why Tornar are using the name of a dead country? Jin was a blade of Tornar once. Loyalty and nostalgia. Who can say? Perhaps both. Is that really all there is to it? You don't think so? I don't know much about what happened while I slept. There are no written records, either. All we have is stories passed down. And you think that is insufficient? History is a murky thing. Only those present can truly know what took place. But weren't you one of those present? And that is why I offer you my cooperation. I guess we'll find out if we go to Tantor. Gut, dann volle Kraft voraus zum Hafen von Guitius. Guitius. Äh, halt, kann ich dich auf einen gemütlichen Spaziergang runterhandeln? Hm, okay, aber warum? Weil ich erstmal mit den Gedanken warm werden muss, dass ich jetzt dahin muss. Indul war jetzt so lange mein Zuhause. Ich, äh, ich hänge an der Stadt. Wow, hätte ich nicht gedacht, dass du so sensibel wirst. Ja, oder? Das überrascht mich selbst. Klappe, alle beide. Wie wär's mit ein paar Mitbringseln aus Indul für die Leute daheim? Ein paar nette kleine Aufmerksamkeiten. Ein paar, als ob der alte Sack Interesse an irgendwelchen Aufmerksamkeiten von mir hätte. Egal, los jetzt. Ein hübscher Spaziergang zum Hafen von Guituis. Bei dem hohen Namen. Hey, haben wir noch Zeit für ein Gläschen U-Liefer unterwegs? Genau, das Zeug gibt's in Tantal ja nirgendwo. Ich weiß, vielleicht ist das die letzte Chance. Klappe, hab ich gesagt. Wir gehen jetzt erstmal leveln, würde ich sagen. Am Hafen unten. Ja, da gibt's Weltenaufträge, die können wir wieder annehmen. So, wenn wir mal da unten noch hinkommen, dass wir dort übernachten können. Wahrscheinlich wieder nicht. Nee. Tensions seem high. Von dem ich glaube, es scheint ein öffentlicher Summit zu sein, zwischen Mora, Dane und Uriah. Ein Summit? Du meinst über die recenten Punch-Up? Aber ich dachte... Nicht Prater Amalthus haben ihn zu stoppen und sorten alles aus? Vielleicht gibt es ein paar Diskussionen, dass Indul nicht sein würde. Ich bin sehr privy, too. Beside, Uriah nicht zu beherrscht mit Indul zu beherrscht mit Indul. Sie würden sich nicht zu beherrscht sehen, wie die Prater's will. Sie haben sich zu halten, die Prater zu halten, wissen Sie? Ach-kwe-yes-sing? Was? Wie, dass er ihnen sagen, was sie was ist? Für so ein Spanner, sind Sie ein paar Worte? Wie kann ich das? Stop calling mich das! Buzze, kitty-nome-mates! Anyway, this summit would explain why Morag isn't around. Indeed, she has much to attend to. Shared sovereignty over Gormut. Yes. I don't think anything less would be sufficient to placate them. The Senate would never approve it. I can overrule them by decree. Of course, I would need to secure Senator Roderick's cooperation. Imperial decree? If it's come to that, well, then I cannot dissent. I cannot help but admire your courage, Your Majesty. That means a lot, coming from you. Acting Chairman Nira Nira. Sorry for intrude. It is emergency. So Nira Nira take liberty of drop by unannounced. You certainly look troubled, Chairman. So, what is this emergency you speak of? Well. So. Ganz schön viel Input jetzt. Gerade. Aber jetzt schauen wir doch mal, dass wir übernachten können. Vielleicht können wir ein bisschen aufleveln. See, Gramps. I'm getting better. I'm stronger than this, you know. Much, much stronger. More, more strong now. Boah. 52. Heftig. Morning, Rex. Did you sleep okay? Yep. Ugh. I slept like a baby. Okay. Oh, my God. Oh, my God. Untertitelung. BR 2018 Okay, die werde ich jetzt aber nicht verfolgen, die Quest. Was? Are we really gonna just leave Mordak behind? Who's leaving anyone? She's got her own priorities, you know? Yeah, but still. Anyway, her schedule is filled with official duties right now. For sure. It's just a bit of shame, it's all. You know, since we came all this way together. I guess I know how you feel, Chum. Huh? Speak of the Devil? Oh, so kommt sie doch noch. Morak. Unser Tank. Banner's going for the summit. On top of everything, an assassination attempt. If blood gets spilled at the summit, it'll mean war. War's good for business, after all. I guess he wants to use that to get himself back in with the Guild. Why, that little? I was wondering where he'd slunk off to. What a sneaky git. It seems Acting Chairman Neera Neera wishes to take care of this incident covertly. To avoid it reflecting badly upon the Guild. So you came to us? If we mobilise the army, the whole thing will become public. Oh, I get it. So we're a more convenient solution. I'm not forcing you. If you refuse, Brigid and I will do what we can alone. Ah, come off it, lady. You wouldn't even think of dragging us into this, if you thought you could handle it on your own. I suppose not. You know Banner as well as I. There's no telling what he might be plotting. According to Acting Chairman Neera Neera, several giant weapons were being built at the factory where we last saw him. And one of them is currently unaccounted for. Giant weapons? Got it. Besides, you know, we've got our own score to settle with him. Thank you. It will be easier to focus on my duties knowing you are on the case. Good luck. Leave it to us. Okay. Das heißt, wir müssen, ähm, Tore als Tank wieder festlegen. No, no, no. No, no. No, no. Vogelartig. Ich habe schon mal Bilder von ihnen gesehen in einem Bilderbuch, aber ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Meinst du Truthans? Stimmt, so hießen die. Truthans. Danke, ich habe mir eine große... Ihr habt mir die ganze Zeit den Kopf darüber zerbrochen, wie die heißen. Jetzt frage ich mich nur noch, was diese Truthans wohl hier bei uns wollten. Danke. Ich habe gerade diese Minute zurückgekommen. Ich hoffe, dass alles gut gegangen ist. Ich habe gerade die... Die zwei, drei Nasen, ein paar Worte miteinander wechseln. Das ist lächerlich. Findet ihr nicht? Anstatt die Ressourcen für eine solche Farce zu verschwenden, sollten sie was gegen das Leid ihrer Völker tun. Es ist so frustrierend. Ich denke, die Herrscher dieser Nationen könnten einiges vom Flüchtlingslager hier lernen. Die Söldertruppe ist auch schon wieder da. Man. So, was du... Wenn wir nur diese Kraft haben... Ich erinnere mich, was ich kann machen. So lange ich mich zu kämpfen... Ich habe es. Boss Buster Bant! Let's go back some tyrant Ich würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest Und wenn es dir gefallen hat, lass mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da Dann verpasst ihr hier auch nichts mehr Und seid immer bei der neuesten Folge wieder dabei Gut, dann bis zur nächsten Folge Ciao, ciao Euer Andi Euer Andi